hallo und herzlich willkommen zu einem info video ja wie viele sich vielleicht fragen in letzter zeit wo bleiben deine videos ja heute habe ich oder beziehungsweise wir weil ich muss auch für den kanal reden eine kleine agenda für das info video also als erstes ich habe leider in letzter zeit abiprüfungen deswegen kommen nicht mehr so viele videos von mir aber nicht so zum beispiel da wird das ganze schon weniger nicht so habe ich halt frei und da soll sie mich mal hin und produziere ordentlich vor damit falls noch etwas kommen sollte ja jetzt gehen ja die prüfung langsam zu ende der ganze scheiß track und das wenn du mal etwas kommt dass ich auch ein bisschen hervorrat habe einfach deswegen kommen wir also wenn man nicht so viele videos bin aber allerdings trotzdem ja bei rising storm beziehungsweise red orchestra ja immer noch vertreten aber deshalb weil ich hätte nichts ändern muss dann das andere wie ihr schon im hintergrund seit jahr harz of iron ist rausgekommen ich natürlich als großer strategischer fans einmal hat es schon angezeigt davon wird es auch wahrscheinlich auch noch eine let's play serie geben wahrscheinlich das ist noch nicht so ganz fest weil zwei leute von mir die wollen würden gerne mitmachen aber das spiel ist noch ein bisschen zu teuer wenn man sich das ganze noch etwas anschauen ja noch eine sache am rande für alle leute die zuschauen am 23 juni ist beginnt der steam sale meine neben freunde da bis zu 75 prozent oder sogar noch mehr keine ahnung ist dann rabatte also klemmt eure ärsche in die nächste tankstelle oder keine ahnung wo ihr pay safe karten ziehen können oder füllt eure kreditkarten auf und dann heimat in die tastaturen rein was das zeug hält weil ich würde mal sagen so ausverkäufe will ich sie mal nennen bei so großen rabatten lohnt sich eigentlich immer weil irgendwelche spiele die man sich früher nicht gekauft hat weil sie zu teuer waren sind dann haben dann gute preise und dann denke ich mal ist es auch wert dass man das ganze auch kauft ab da werde ich dann wahrscheinlich auch weiß ich der max der magic max wird sich da kommt nie vier es kaufen kommt mir vier ist zwei und ich habe schon etwas länger sie auch schon das große dlc das mit mit der dann offensiv lns world heißt es ja habe ich auch schon durchgezockt und ich habe zwei strategie spiel ist ja wenn ich ein sehr großer fan auch davon aber da wird es dann auch entweder spielen wir koop oder mal gegeneinander wer weiß aber von company furios werden werden in nächster zeit wahrscheinlich auch dann ein paar videos dann kommen mit anderen leuten natürlich bei bei alleine so einen großen strategisch ist dann noch etwas langweiliger mit anderen leuten macht es ja doch auch immer spaß mehr spaß dann noch eine andere sache ja wie schon angekündigt im jahresresümee video vor weihnachten oder vor neuer war das kanal ich glaube vor weihnachten war das wie schon angekündigt als anständiger gaming kanal sind wir natürlich auf der gamescom vertreten wir fahren auf die gamescom nach köln machen dort auch tüchtig premium vlogs bringen wir euch in high quality bla 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 und bringen euch eindrücke und die neuesten spiele und die neueste sei mal hardware technik weil ich sag mal zum ordentlichen zocken gehört ein krasses spiel ja das spiel auch spaß macht aber wenn der pc eine dumme mühle ist und man nur was ich mit 8 fps zocken kann dann ist es auch scheiße also natürlich die hardware gehört auch tüchtig dazu weil sonst ja sonst bleibt die küche kalt ja das war es eigentlich schon wieder von der agenda habe ich noch was vergessen glaube nicht lasst mich schnell überlegen nicht dass ich dann irgendwie noch ein video machen muss und dann noch irgendwas nachwerfen das dann wäre dann doch etwas peinlich aber ich denke nee ich habe alles abgeklappert also wie gesagt schreibt es euch hinter die ohren ab 23 steam sale ganz ganz wichtig also nicht ganz ganz wichtig natürlich für steam klar da machen sie natürlich einkäufe aber wichtig für euch meinen lieben zuschauer und zuhörer wenn ihr irgendwelche spieler habt ihr schon immer haben wolltet aber gedacht hat da möchte doch gern ein bisschen warten bis es billiger wird oder ich weiß nun nicht vielleicht überzeugt hat dann der billige preis also ab 23 bis zum 4 juli ist sie mit rabatten von sehr hohen zahlen ja ja das war es eigentlich schon wieder für mir dann seid ihr über mich was bei mir also am start läuft warum ich so wenig videos in letzter zeit von mir persönlich gebracht wurde auf neuesten stand und wisst so was soll euch so in der nächsten zeit ja einstellen muss sag ich mal ein bisschen negativ auf was euch freuen dürft über neue let's play serien oder ein paar lustige videos die wir euch dann wieder bieten können das mit auch wieder war ein bisschen vielfältiger wird ja man muss schon sagen nur ets und rising storm dass das verläuft sich dann noch ein bisschen und wird dann doch eintöniger aber wie gesagt durch stress auch weil die anderen hier arbeiten müssen und so weiter und so weiter und das verzweigt sich dann aber auch wieder ein bisschen und dann schauen wir mal dass das programm mal ein bisschen ankurbeln mal ein bisschen wieder ein bisschen variationen reinbringen weil es sonst einfach nur langweilig wird und es muss auch euch gefallen deshalb verabschiede ich mich mal wieder für euch meine lieben leute ich schaue das nächste woche freitag wieder just cause 3 kommen natürlich ist mir ich brenne schon darauf wieder weiter zu sorgen aber ich konnte einfach nicht weil ich einfach wirklich keine zeit das ist es hat mir so geschmerzt dass es nicht weitergehen aber die schule geht leider vor mein lieben deshalb ab nächste woche freitag sollte es zu 99 prozent wieder weitergehen mit just cause 3 und dann schauen wir mal was so in der zukunft auf euch wartet und natürlich die gamescom deshalb sage ich tschüss auf wiedersehen euer commander